und es geht nach oben hier geht es wieder so ein dröhnendes ding hier jetzt scheinbar weiter aber wenn es richtig sie müssen mit zwei von diesen dinger starten oder sogar drei ok schauen wir mal und da sind wir es tut mir so leid für die aber naja waren wohl nicht ganz so gut vorbereitet gewesen aber schon ein bisschen hier 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 aber gehen wir gleich hin ach hier geht es ja auch weiter wort ihr wollt mir nicht sagen dass ich hier alles aufräumen muss jetzt bin ich mal gespannt bestimmt gar nichts ich hasse es recht zu haben er landet immer hier oben ich will nicht wirklich nicht ist das ist eine unsichtbare mauer wenn ich jetzt durch krabbeln muss habe ich echt keine lust zu muss ich sagen da kriege ich wieder flashbacks wegen dieses also ich denke ich habe es gehört diese flashbacks flashbacks von wegen high secure facility ding naja machen wir das gleich als letztes genau schauen wir mal hier was gibt es da so schönes ja interessant holen wir aber auch jetzt ist da was explodiert naja ein paar granaten gewährleistet aber so ist es halt manchmal ja kommt schon die schüsse waren wirklich nicht gut ali hopp so ah ja schnell 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 so gibt es da noch welche müssen nach da oben ok gucken wir mal wohin ach hier ali hopp die schlossen sind schon praktisch ja das ist auch ein paar mehr so da 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 okay ich brauche irgendwie auf präzision etwas ja kommt rechtsklick der zeigt sich jetzt wieder natürlich nicht okay alles mal nachladen wieder dass das das dass das dass das ist okay moment ich kann hierhin hierhin ach okay da sind war da hat sich einiges geöffnet schön schön ach wir kriegen leben sehe ich gerade unten links dessen dröhnt das wie sonst was schon cool ob es das in wirklichkeit wirklich also irgendwo im universum sowas gibt so kein lust auf die so das scheint doch eins zu sein ja ich glaube wir wurden jetzt anders übrig oder was habe ich noch granaten doch granaten habe ich ob das war ein bisschen zu weit nach ja na komm egal machen wir es auf die traditionelle art und weise die richtung müssten wir noch mehr hund oh gott ein hund habe ich verpasst na kommt schon ja also pistole nachladen natürlich okay verfolgen wir mal diese route alle hopp tatsächlich ganz nach oben ja hier ist noch so ein typ der eine war irgendwo hier unten gewesen ähm moment mal ach so genau machen wir es so ja 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 genau und jetzt muss ich wohin das waren die kleinen fische von denen ich gesprochen habe von weiß ich nicht wie viele videos sind die alle naja blume okay genau ich müsste wohl in die richtung am besten von hier ich dachte schon da ist ein headcrap zack so ach so der ist ganz oben den krieg ganz gewicht so ach so das war zu wenig ich muss nach oben dann machen wir das so zack 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 doch das war knapp so hier sind wir also wieder leben jetzt haben wir zwei von drei erst mal kurz gucken da hinten liegt was so du täuscht mich nicht also genau also da oben müsste ich hin ach das war das mit den ganzen minen schätze ich ja es sind sachen explodiert tatsächlich okay alle hopp gut dann das kann doch nie in dem sicher sein oder einmal scheinbar richtig zu sein tatsächlich da sind noch welche ich hoffe einfach mein lauf rein scheint sehr gefährlich zu sein oh nee 1 2 3 4 ich glaube ich mache jetzt ein jolo run das muss ja irgendwo da weitergehen schätze ich mal und 3 2 1 1 1 eigentlich mal drauf geht so es ist grün geworden sich gerade die minen sind noch da ich sollte vielleicht nicht dahin laufen so hat sich geöffnet komplett sehr gut bevor ich da aber jetzt weiterlaufe wir hätten hier doch diesen einen erforschungstruppe gesehen kann ich hier runter jumpen ohne zu sterben super da blinkt es genau da wollten wir hin genau jetzt gehe ich ein stück drunter da ist nichts wir müssen noch so ein hündchen sein irgendwo ich meine ich hätte zwei nicht eliminiert das war es scheinbar ich habe was gehört aber scheint alles gewesen zu sein dann würde ich mal sagen gehen wir weiter da unten schnell noch ein bisschen heilen ok das sind viele von diesen quallenviechern da ist einer oh Herzinfarkt ja ich bin eigentlich prepared ich will dorthin auf jeden fall na komm schon von platzen so lustig aber naja alter lass mich wie viele headcrabs auf einmal da sind wie viele headcrabs auf einmal da sind na kommt doch was na kommt doch was na kommt doch was ähm ja ja höch alter Mist das war knapp kurz gucken nicht dass ich wieder in so eine situation komme eine kugel hier gut hier habe ich nichts kann ich vergessen Schaut gar nicht also wieder sieht so komisch aus naja das Ding lebt ey so ah da sind so Kapseln mit allem drin ah ok so zack ne zählt das nicht wieder so viele feuerdinger so schön dass die immer auf mich warten dass ich noch nachladen kann und so kommt dann noch was ja oh ja er leuchtet so rot ich habe da echt die sorge dass der sehr viel stärker ist alles wieder so ein kristall wahrscheinlich brauche ich das ach da ist so ein turret ding vielleicht moment mal gehen wir erstmal hier lang das ist immer so 50 50 chance ja komm schon lass mich doch da irgendwie hin ja gut sieht schon krass aus aber ja haben noch ein gutes stück vor uns gut dann gehen wir jetzt in diese richtung diese turret da oben kaputt machen das sind viel zu viel auf einmal na kommt schon oder so so haben wir das auch also da geht es gar nicht weiter ja beide ja das ist das wasserfall von eben wahrscheinlich komplett durch wenn wir den fluss folgen ich habe es groß auf jeden fall ja ja ich glaube ich muss runter ja na gut dann machen wir es ja ja was ist das ach tatsächlich tatsächlich ja außer der war auf diese pflanze draufstecken geblieben nice ist das der einzige seiner art das kabel geht hier komplett gerade durch das kabel geht hier komplett gerade durch vielleicht muss ich auf diesen blumen dinge drauf boah lol das war ein schuss und hier gibt es wieder teleportationsdinger moment mal kann ich hier nichts machen na und top der ist doch angeschlossen ach ich muss den drücken den muss ich wahrscheinlich auch noch drücken und dann geht es wieder zurück oder wie so bisschen schneller und zack schön die shotgun so genau jetzt bin ich eine etage höher das geht nicht so angeschlossen ach so hier gibt es noch so ein kabel ah ok jetzt drücken wir und ali hopp ich muss nur gut treffen ich muss nur gut treffen so gut treffen sagte ich sollte ich auch beherzigen was tastet denn achso ich wollte schon sagen ähm moment mal so ähm achso das ist das ziel schon gewesen äh ok ok also die map ist schon groß muss ich sagen komm ich da oben hin ja ja ist aber sinnlos weil ich hier rein muss ich jetzt ich du her